wo bin ich hier ist das ein ausblick und schiff und wasser ich kann mich an nichts erinnern was gestern passiert ist wir haben noch irgendwie gefeiert hallo julian wie schön dich wiederzusehen titel was ist passiert wir wurden angegriffen in der nacht kam ein riesen raumschiff war auf thermonukleare terrorbomben ab wir haben es ganz knapp geschafft zu fliegen geh runter zu rot in seinen neuen laden ach ja und julian herzlich willkommen in neuatlantis ist das hier scheint eine siedlung zu sein okay dann gehen wir mal runter würde ich sagen wo ich habe auch keine sachen mehr kein gar nichts großes gebäude kommt man da rein zugebaut ist anscheinend ein skelett gestorben boah wie schnell man hier einfach ist nummer eins zimmermann was ist denn los hallo rotz dita meinte du willst mich sprechen hallo julian ich möchte mit dir sprechen ich habe dir oben einige materialien hingestellt außerdem sind ein paar neue maschinen bereits unterwegs soviel zu den guten nachrichten kommen wir zu den schlechten sieg und lily sind tot die ersten der bombe fiel genau in ihr haus die händler sind tot oh mein gott so langsam erinnere ich mich wieder rotz kam mit der bahn zu uns generell dita und so haben mich gerettet wir sind durch eine brennende stadt gelaufen über uns feuer und lava und alles der baum des lebens hat plötzlich angefangen zu glühen und wir wurden auf dieses schiff geboren und ich habe mich am bein verletzt ich habe viel blut verloren und dann wurde alles schwarz und dann bin ich hier aufgewacht oh oh kekse immer nur ein cookie good rabbit nehme ich einfach mal mit ein bisschen essen was meinte rotz oben würde irgendwas stehen also oben kann ja eigentlich nur irgendwo da sein immer da oben seht ihr das sind zäune da gehen wir mal hoch zum times du es sind trampelfahrt und nach aufzug gegen ihn kann ich noch nicht kämpfen das war's so ich würde sagen bis morgen dann zur neuen folge